Ein richtiges Brett vor dem Kopf, man hat sich schon krank gefühlt, fiebrig, also ein bisschen fiebrig vielleicht. Es hätte schlimmer sein können, glaube ich, aber es war auf jeden Fall mal nicht ideal. Ich weiß, fünf Kilometer einlaufen, Marathon einlaufen, das heißt, so dass man Zeit hat, irgendwie wieder ein Feeling für die Beine zu entwickeln und ein bisschen aufzuwachen. Ansonsten, der ein oder andere, der den Podcast gehört hat, hat es vielleicht schon mitbekommen, es lief jetzt nicht alles so glatt, wie ich mir es gewünscht habe. Ich weiß, man ist ein bisschen krank und ein paar Tage außer Gefecht. Das heißt, für mich ist es heute das erste Workout wieder seit dem Special Block. Die letzten Tage stand eigentlich nur ein ruhiges Laufen an, um mal wieder so eine Art Trainingsrhythmus reinzukommen. Das hat, ja, ich weiß nicht, ob so gut geklappt hat. Also so richtig fresh fühle ich mich noch nicht, aber man muss manchmal ins kalte Wasser springen und dann mal gucken, was heute so geht. Es wird auf jeden Fall ein langes Programm, zumindest wenn ich es durchstehe. Und im Prinzip Marathon, Pace, Tempowechsel, werden wir später, denke ich mal, in der Beschreibung noch detaillierter ausführen. Bin gespannt, wie es geht. Ich meine, die Bedingungen sind nicht schlecht, es ist heute relativ kalt. Also zumindest für mich der erste richtig kalte Tag für einen Workout. Wir haben jetzt, glaube ich, so zwei Grad. Ja, aber ansonsten, wir haben mal wieder Sonne. Das ist in Regensburg sehr selten, zumindest im Herbst. Und ich glaube, wir haben auch kaum oder keinen Wind, zumindest wenn ich mir die Bäume anschaue. Also für einen Workout eigentlich ganz gute Bedingungen. Okay. So weit, so gut, zu schnell. Mal schauen, wie sich das bei den nächsten entwickeln. Der erste war so, ich weiß nicht ganz genau, gesehen durch die Hundesituation gerade, aber 15, 10, 15, 15 ist noch deutlich zu schnell. Ich versuche, das im nächsten bisschen auszubremsen. Da planen wir eigentlich 15, 30. Und jetzt gucken wir mal. Das Haus ist auch zu schnell. Eigentlich 3,40 für die Tausende dazwischen. Wir sind gerade bei 3,20. Rückweg weg ist ein bisschen. Es ist ein Gegenwind, deswegen war es recht angenehm. Wenn man ein Rad vor sich hat. Es gibt ein bisschen Windschatten. Und ja, ist ja auch ein bisschen gedanklich. Kann man ein bisschen abschalten, weil man sich nicht ständig aufs Tempo konzentrieren muss. Das ist eine ganz gute Orientierung. Und ja, schauen wir mal. Das ist auch Nummer 3. Auch ein Ticken zu schnell. Müsste so 15, 15 rum gewesen sein. Jetzt sind wir im Programm angekommen. Okay, der Schluss war ein bisschen eklig. Aber ich glaube, so knapp 9 Minuten haben wir noch hingekriegt. Ach, schnell, der ging leider nicht mehr in den letzten 3. Holy crap. Weil, zu spät gemerkt, so das seien als 24, 25 rum. Mal gucken was. Da der Gesamtschnitt des Programstags, dürfte auch ganz okay gewesen sein. Jo, 308 ist, glaube ich, ganz okay. Mal gucken, dass ich morgen gut regeneriere. Und dann, glaube ich, könnte es wieder back in the game sein. Die letzten 3, meine 9 Minuten ist okay. Keine Frage, ich bin noch mal ein Ticken schneller als die letzten Belastungen. Aber da hast du gemerkt, dass die Beine jetzt einfach müde waren. Ich merke einfach, dass ich seit, ja lass mal überlegen, der Special Vlog war Mittwoch letzte Woche. Seit 10 Tagen das erste Workout. Dazwischen entweder pausiert wegen dem Infekt oder lockere 20er gemacht. Ist einfach ungewohnt, jetzt da wieder reinzukommen. Aber hätte schlechter laufen können. Und wir haben noch 4 Wochen bis Valencia. Also bin ich da mal ganz guter Dinge, ehrlich gesagt. Workout beendet. Gibt es noch ein Proteinshake Level X. Um die Regeneration schon mal bestmöglich einzuleiten. Ansonsten wird für mich heute der restliche Tag, glaube ich, eher noch auf der Couch stattfinden. Wir haben 32 Kilometer mit Warm-Up heute gehabt. Die Details zum Workout werde ich euch in die Beschreibung reinschreiben. Wie immer. Wir haben heute Motorsägen, Züge, alles. Also macht es nicht so einfach, hier quasi eine kleine Abmoderation zu machen. Deswegen fasse ich mich kurz. Vielen Dank für die tollen Kommentare zum ersten Video. Und die ganzen Likes und die Abos hat uns sehr gefreut. Empfehlt uns gerne weiter an eure Freunde. und Sportkollegen, denen das vielleicht auch gefallen kann. Und ja, wir versuchen, denke ich mal, noch ein oder zwei Videos vor Valencia für euch rauszuhauen, euch mitzunehmen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.